Die DFA zeigt den ersten großen Film über die Eroberung des Weltraums. War der tungusische Meteor ein Raumschiff aus dem Weltall, wird die Menschheit bedroht. Eine geheimnisvolle Spule gibt der Wissenschaft Rätsel auf. Da auf dem Merkur kein Lebewesen existieren kann, kommt als Abschussbasis für die Rakete nur ein Punkt in Betracht. Es kann nur unser Morgen- und Abendstern sein, der Planet Venus. Doch endlich zur Vernunft und schlagen Sie sich diesen Flug aus dem Kopf. Ich ersuche hiermit das Konsortium, endlich zu begreifen, dass ich durch nichts davon abzubringen bin. Bis zum Start noch zehn Sekunden. Die hervorragendsten Wissenschaftler der Welt starten den ersten Flug zur Venus. Wird es Ihnen gelingen, das Rätsel der geheimnisvollen Sendung zu lösen? Wie fühlen Sie sich denn? Wie im Himmel. Meteoriten! Unbekannte Kräfte des Weltraums scheinen das Unternehmen unmöglich zu machen. Warum schweigt die Venus? Ist einer der Meinung, wir sollten umkehren? Für mich hat sich damals alles entschieden. Mit der Bombe von Hiroshima. Brinkmann! 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 Ich sehe Land, Arsenjew! Ich sehe etwas! Ich weiß nicht, was es ist. Beinahe wie ein gläserner Wald. Ich setze zur Landung an. Der Pilot Brinkmann betritt als erster Mensch einen fremden Planeten. Begleitet vom unentbehrlichen Roboter Omega. Kosmokrater! Kosmokrater! Ich höre euch nicht! Hallo! Hört ihr mich? Dieser verdammte radioaktive Wald lässt die Funkwellen nicht durch. Wir müssen die Wolkendecke durchstoßen. Wenn wir Brinkmann wiederfinden wollen. Welchen Mächten wird die Besatzung des Raumschiffs Kosmokrater 1 gegenüberstehen? Sollten das die Bewohner der Venus sein? Verhindern unbekannte Lebewesen den Erfolg der Expedition? Ist das überhaupt die natürliche Beschaffenheit dieses Planeten? Die Besten der Wissenschaft setzen ihr Leben aufs Spiel. Täglich stehen sie neuen Problemen gegenüber. Ist das nun Leben? Oder eine Maschine, Horling? Größte Gefahr! Sofort zurückkehren! Wir halten die Postwissenschaftler... Acht Wissenschaftler, dargestellt von Schauspielern aus sieben Nationen, dringen in das Unbekannte ein und bringen die kühnsten Träume der Menschheit einen großen Schritt voran in dem deutsch-polnischen Gemeinschaftsfilm Der Schweigende Stern mit Michael N. Postnikow. Ignaz Machowski, Kurt Rackelmann, Günter Simon, Eudrich Lukesch, Tang Huata, Yoko Tani und Julius Onggewe. Demnächst in diesem Theater. Dein Untertitelung des ZDF, 2020